So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr seht gerade ein bisschen Trollleder. War nämlich gerade noch hier ein Troll am rumrennen. Aber warum soll es in dem Video gehen? Ganz simpel, wir brauchen das gute Kernholz. Das normale Holz, ist euch ja klar, ganz normale Bäume abhellen. Dann das Edelholz habe ich eben bereits hochgeladen. Gerne dann in der Playlist nachschauen, wie ihr das noch bessere Holz findet. Aber für das Kernholz braucht ihr einfach nur eine Pickaxe. Wie, mein Magen ist voll. Habe ich wieder die falsche Taste gedrückt? Also, ihr braucht eine ganz normale Axt. Ich habe in dem Fall schon die Bronze Axt, aber die normale Axt reicht hier noch vollkommen. Welchen Baum suchen wir? Richtig, die Kiefer. Die Tanne reicht nicht, weil die Tanne gibt uns nur normales Holz. Also passt da auf, es geht halt wirklich nur die Kiefer. Dann wieder drei Stunden rum. Oh, was hat die für Rehe hier? Zack, zack. Und, naja, er hat natürlich wieder alles eingesammelt. Ich will es für euch nur kurz zeigen. Da seht ihr Kernholz, aufheben mit E. Und den kleinen Tipp wollte ich euch nur sagen. Wie gesagt, das Ganze findet ihr immer nur im Schwarzwald. Außer, es kommen noch neue Biome dabei. Also mir ist bekannt jetzt, erstmal nur im Schwarzwald. Und ich hoffe, ich konnte euch damit schon weiterhelfen. Wenn ja, lasst auch gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, dir noch viel Spaß beim Zocken. Und in dem Sinne, haut rein.